Hier kommt man mit den Schiffen an und hier ist man dann direkt am Beach. Hier kann man sich dann einen Schirm leihen, kostet 10 türkische Lehrer, einen Schirm und zwei Stühle. Ist total günstig, umgerechnet 3 Euro. Kriegt man auf der keine Kanarischen Insel oder sonst irgendwo zu diesem Preis. Und das werden wir jetzt machen und ein weiteres werdet ihr dann noch sehen. Bis dann!